Ihr habt das Unmögliche möglich gemacht. Ich habe diese Nase voll davon, sich hier herumzuschmollen. Es wird Zeit, sich aufzugnomen. Ich muss meinen Vater finden, aber ihr befasst euch nicht länger mit mir. Ihr müsst weiter gegen die Kultisten kämpfen. Geht und sprecht mit Aslan, Munzelstein im Osten. Er versucht den Schattenhammer aufzuhalten, aber er hat niemanden, der ihm hilft. Ihr seid seine einzigste Hoffnung. Gebt nicht auf, mein Freund. Ich werde es auch nicht tun. Sehr gut. Schön, euch zu sehen. Ihr dem Zwielichtlager in der Mitte des Sees einen Schlag versetzt? Nicht schlecht, Junge. Wenn ihr den Kampf zu ihnen nach Hause tragen wollt, kann ich euch die Gelegenheit dazu geben. Man sieht sich.